Im PZT kennt man einander. Es ist eine kleine Klinik im Verhältnis, aber es hat doch verschiedene Schwerpunkte, die es abwechslungsreich machen. Das Spannendste an der Arbeit ist jeden Tag etwas anderes. Wir haben sehr viele Gestaltungsfreiheiten, um Bezugspersonenarbeit zu machen, um Gruppen zu leiten, um Alltag zu gestalten mit den Patienten. Das ist etwas, wo wir sehr kreativ sein können. Und eben der Schwerpunkt der Individualität der Patienten, wo wir sehr grosse Werte auflegen. Wir haben ein sehr lebendiges und jungs- und dynamisches Team. Und Humor wird sehr gross geschrieben wie uns. Wir arbeiten fest und eng zusammen über verschiedene Berufsgruppen. Und das ist das, was ich auch schätze. Wir vom Pflegteam sind immer sehr offen. Wir arbeiten gerne miteinander. Wir haben einen familiären Umgang und die Arbeit miteinander Freude machen. Und das ist das, was uns auch auszeichnet.